...oder anderthalb. Und der heißt 4000 Wochen. Ich würde das mal vor euch spielen. Es ist die absolute Berlin-Benz-Premiere. Die gibt es noch einmal. Und wir haben 4000 Wochen. Das ist quasi die durchschnittlichen Lebenszeit eines Menschen mit dem Haus umgerechnet. Und so geht er. Meine Freunde und Kinder, ich stehe hier auf Berlin im Winter. Und ich wieder nicht finden hab, was ich eigentlich tue. Bin jetzt schon fast nur zu freis. Jetzt fack mich an, wenn ich weiß. Bin ich alles zu leichter, denn? Nicht leicht genug. Ich nehm das Leben manchmal so, als ob es mir weiss. Aber ist es nicht? Ich hab dich nicht schon beide verkauft, die Nacht durchgesucht. Und nicht allein zu sein, herz zu gebrauchen. Wir haben nur 4000 Wochen. Und wenn man alles, was geht, wird gewonnen. Was bleibt übrig dafür? Hab ich hier nicht irgendwann selber versprochen. Ich mach mehr aus, mit 4000 Wochen. Ich red mir ein, dass ich steig. Will noch an Hochzeiten tanzen. Und nicht meiner Einen. Bloß mit seinem Schein. Könnt ja was besser was tun. Aber ich setze die Zeit an. Die letzten fünf Jahre fühlen sich wie zwei. Wenn ich am Ende allein bin. Dann weiß ich nach wie. Ich bin das Leben manchmal so, als ob es mir weiss. Aber es ist nicht. Wie oft am Diefen ist uns beide verkauft. In Nacht durchgesucht. Bin ich allein zu sein, herz zu gebrauchen. In Nacht durchgesucht. In Nacht durchgesucht. In Nacht durchgesucht. Auch wenn man alles, was geht, wird gewonnen. Was bleibt übrig dafür? Ich will nicht immer selber versprochen. Erst mit 4000 Wochen. Untertitelung des ZDF, 2020